Das ist Peter. Peter ist überglücklich. Er hält gerade ein Schreiben von seiner Versicherung in den Händen. Der Moment ist gekommen. Peters Lebensversicherung, die er vor 27 Jahren abgeschlossen hat, erhält er jetzt ausgezahlt. Eine stattliche Summe. Das ist Katrin. Katrin ist besorgt. Sie hält gerade das Sparbuch ihres verstorbenen Vaters in den Händen. Sie möchte vernünftig mit dem geerbten Geld umgehen und muss nun die beste Lösung finden. Der glückliche Peter und die besorgte Katrin stellen verschiedene Überlegungen an. Wieder zu einer Versicherung? Von der habe ich es gerade bekommen. Zu einer Bank? Bei den Zinsen? Vielleicht irgendetwas Spekulatives? Irgendeinen Fonds, den ich zwar nicht verstehe, aber der angeblich viel Rendite bringen soll. So ein Risiko einzugehen? Peter und Katrin sind sich sicher. Wenn wir keine sinnvolle Entscheidung treffen, ist das Geld im Nu verprasst. Handeln ist angesagt. Peter und Katrin werden beim Durchstöbern des Internets auf die Seite systemimmo.de aufmerksam. Außerdem empfiehlt ihnen eine Freundin, die Systemimmo-Berater. Das Prinzip erscheint ihnen sehr einleuchtend. Eine Systemimmobilie. Das ist die Lösung. Warum? Peter und Katrin erhalten ab sofort eine Mieteinnahme. Da es sich bei einer vermieteten Eigentumswohnung um einen Sachwert handelt, ist diese Miete sogar inflationsgeschützt. Besonders begeistert sind sie von dem Systemimmo-Sicherheitspaket, denn dadurch fallen die Risiken wie Mietausfall oder ein hoher Zeitaufwand bei der Verwaltung einfach weg. Ein Blick in die Zukunft. Das Geld ist auf diese Weise nicht sinnlos ausgegeben und auch nicht an das Lebensende von Peter und Katrin gebunden. Mit der Systemimmobilie investieren sie in einen echten Wert, der sogar über ihr Ableben hinaus Bestand hat. Peter ist wieder glücklich und Katrin nicht mehr besorgt. Sie wissen, dass ihre Entscheidung für eine Systemimmo das Beste war, was sie mit ihrem Geld machen konnten. Jetzt können sie sich in Ruhe zurücklehnen und dauerhaft die Einnahmen durch ihre Systemimmobilie genießen. Doch wie kommen Peter und Katrin zu einer Systemimmobilie? Mit unserem langjährig bewährten Finanzierungssystem investiert Peter in seine neue Wohnung. Und egal was passiert, das Team von Systemimmo hat für jeden Fall ein Sicherheitspaket für ihn entwickelt, sozusagen eine Vollkaskoversicherung. Dieses Paket beinhaltet die Neuvermietung bei Mieterwechsel, die Absicherung der Mieten, die Durchführung von Renovierungen und kleineren Reparaturen, Verwaltung und Management und die langfristige Betreuung von Peters neuem Eigentum. Sind Sie neugierig geworden? Wenn Sie erfahren möchten, wie sich das Konzept der Systemimmobilie für Sie rechnet, dann können Sie jetzt in nur einer Minute eine absolut kostenlose und unverbindliche Anfrage stellen. Einfach, schnell, unverbindlich.